äh, Eruption brauche ich nicht, mächtiger Heap auf Q ist gut, Schwinger und das bei dir ist das egal und jetzt fehlst noch du ähm so, wobei eher andersrum, so und ja, ich habe jede Menge Leute in der Gruppe ich habe immer noch zweimal Bankfrago hier unten drin, wobei er einmal bei 25, einmal bei 15 ist dafür fehlt er hier der übrigens, also Vorgas und Namora sind ein paar für alle, die zum Protokoll nehmen wollen und die drei sind ein komischer Haufen ich werde sie vornehmlichst nicht in der Schlacht benutzen weil das Spiel heißt die Zwerge und wir haben Zwerge jetzt mache ich nur noch die Anordnung wieder richtig hin, die ich vorhin kaputt gemacht habe so Am Abend nach eurer Flucht aus Mifordania erholt ihr euch an einem Lagerfeuer von den Strapazen Goimga verzieht sich in eine Ecke Bavragor widmet sich seinem Alkohol und die Zwillinge holen ihren Zwergenkäse heraus Namora und Vorgas tauschen auf der anderen Seite des Feuers Zärtlichkeiten aus während Rodario sich neben dir niederlässt Ah, eine Reise mit echten Zwergen zur Festung der Ersten das kann ich bestimmt in mein neues Stück einbauen Ja Es liegt jetzt eine Tagesreise zwischen uns und den Orks Was habt ihr nun vor? Eure Verwandlungen waren wirklich beeindruckend So etwas habe ich noch nie gesehen Habt ihr von den Ersten gehört? Kennt ihr den Weg Zwerer Festung? Wir sollten unsere Nachtlager aufschlagen und morgen weiterreisen Ja, reden wir mal über die Verwandlungen Ich muss euch für eure Kunst loben Ich finde es schwer zu glauben, dass es sich nicht um Magie handelt Vielen Dank, aber ich versichere dir, es hat nichts mit Magie zu tun Nur Alchemie und vollendete Schauspielkunst Die Zauberei überlassen wir den Magie Lass uns in Ruhe mit denen Andokai und ihr Eisenturm können mir gestohlen bleiben Ihr habt Andokai die Stürmische getroffen? Das ist unglaublich Wie war sie? Sie ist abgehauen ins jenseitige Land Verdammte Schande Sie hat ihre Gründe Und immerhin hat sie uns auf diesen Pfad gebracht Sie hat das geborgene Land und ihr eigenes Reich verraten Andokai hat ihre Gründe uns zu verlassen Sie hat bereits gegen Nord-On gekämpft Und konnte nichts ausrichten Außerdem wären wir ohne sie nicht hier Und sie hat uns von der Feuerklinge berichtet Andokai die Hoffnungsgeberin Das gefällt mir Das muss ich in meinem neuen Stück benutzen Seinen Worten folgend Holt Rodario sein Notizbuch hervor Und schreibt etwas nieder Ja Es liegt jetzt eine Tagesreise Sofort schießt Rodario hoch Und fängt an pompös zu gestikulieren Ich glaube, ihr unterschätzt uns Lasset mich uns erneut vorstellen Ich bin der Unglaubliche Wir haben keine Zeit Uns um eine Gruppe Gaukler zu kümmern Rodario wirkt für einen Moment gekränkt Doch dann grinst er Wendet sich von der Gruppe ab Und hebt seinen rechten Arm Ein Flammenstrahl schießt aus seinem Ärmel hervor Die Zwerge zucken zusammen Und betrachten beeindruckt das Schauspiel Das nach wenigen Augenblicken wieder vorbei ist Und was sagt ihr nun, Herr kritischer Zwerg? Du bist ein Magus Die kann ich auch nicht sonderlich leiden Im Kuriosum fällt Magie in meinen Aufgabenbereich Unter seinem Arm ist ein Röhrchen mit einem Feuerstein Und einem Beutel voll Bärlapsamen Wenn man den Beutel drückt Sprüht der Feuersteinfunken Und die Bärlapsamen schießen heraus Schon hat man magisches Feuer Meisterliche Arbeit, Furgas Der Magister Technikus bedankt sich mit einem Kopfnicken Wenn sie alle solche Tricks auf Lager haben Sind sie vielleicht gar keine Lastung, Deal Hm Wie viel Proviant habt ihr dabei? Wir haben nicht genug Das, was wir haben, teilen wir gerne mit euch Es ist allerdings nicht viel Wir mussten das meiste zurücklassen Nahrung wird auf unserer Reise ein Problem sein Der Winter zieht sich gerade erst aus Vajon zurück Und wegen der Ork-Angriffe werden die Menschen ihre Vorräte beisammenhalten Wir müssen sparsam sein Und so viel Nahrung organisieren, wie wir können Es wäre keine besonders heroische Geschichte Wenn wir auf dem Weg zu den Ersten verhungern Ja, habt ihr von den Ersten gehört? Von hier aus müssten wir den ersten großen Gebirgszug des Roten Gebirges überwinden Und dann durchs Schneewehental zur Festung Osteisenwald kommen Wenn ich mich richtig an die Karten erinnere Die Ersten hat seit hunderten Zyklen niemand mehr gesehen Aber es gibt viele Geschichten über sie Ihre Handwerkskunst wird gepriesen Und früher gab es Handel über eine schmale Straße, die ins Gebirge führt Ich glaube aber nicht, dass es noch einen lebenden Menschen gibt Der diesen Weg je gegangen ist Unsere Mission ist es, die legendäre Axtfeuerklinge zu schmieden Und den Verräter Nord-On zu vernichten Wenn ihr uns durch Hunger, Kälte und Gefahr begleiten wollt, tut das Es ist eure Entscheidung Wie könnten wir uns solch eine Geschichte entgehen lassen? Denkt nur, was für ein Stück wir daraus machen könnten Wenn wir überleben Ich wollte den Untergrund erst im Roten Gebirge verlassen Stattdessen haben wir eine lange Reise und einen gefährlichen Aufstieg vor uns Hm, außer der alten Handelsstraße könnte es noch einen anderen Weg geben Vor einigen Jahren erzählte mir ein alter Mann aus dem Norden von einem Ort namens Wackenstein Dort soll es einen alten Pfad geben, älter als selbst die Tunnel der Zwerge Legenden und Geschichten Für meinen Geschmack müssen wir uns mit zu vielen Ungewissheiten herumschlagen Schauen wir, was die nächsten Tage bringen Ja Das hier ist Wackenstein Als Alternativweg Da ist Seegrund Wir können uns mit der Orkorde anlegen Oder sie weitläufig umgehen Na, die Orkorde hat schon mal keinen Bock Ich könnte nach Seegrund Mehr oder weniger Jetzt kommt nämlich etwas, was ich nicht aus dem Buch kenne Wenn ich mich noch recht dran erinnere Abschaum Sturb Was soll das? Warum greifst du uns an? Wir sind auch Zwerge Wir sind auf derselben Seite In der Tat sehe ich aufrichtige Zwerge hier Doch begleitet von Abschaum Ich befreie euch davon Ach ja? Und was willst du ausrichten? Allein gegen Acht? Du, komm her Was? Hahaha Ja, so hat sie Ja, jetzt muss ich mit den drei Vorlieben nehmen Warum denn nicht? Am besten Aber es ist einfach durchbrechen Ja doch, gleich Weil ich Selbst ich kann nicht so schnell Ja In Ordnung Moment, Moment Ja doch, gleich Äh Das müsste es schon gewesen sein, genau Einfach die umhauen Unsere Teamkameraden ignorieren Kaum, dass die unbekannte Zwergin bewusstlos zu Boden geht Erlischt ihre Macht über deine Kameraden Ihr fesselt und knebelt sie Solange ihr nicht mehr über ihre unheimlichen Kräfte wisst Das war Ich hoffe, ich habe dich nicht verletzt, Gelehrter Es war wie in einem Traum Aber auch nicht Ich hörte ihre Stimme in meinem Kopf Und obwohl ich es besser wusste Habe ich nur Orks gesehen, die mich angriffen Ihr wart Der Feind Boendil geht zu der gefesselten Zwergin und gibt ihr einen leichten Tritt mit dem Stiefel Das ist niemals ein Kind des Schmiedes Auch wenn sie so aussieht Diese Gaben bei Vrakas Hier ist etwas Dunkles am Werk Du kniest dich vor die Zwergin und legst deine Axt an ihren Hals Mein Name ist Tungdil Wenn ich dir den Knebel abnehme, wirst du uns dann einige Fragen beantworten Die Gefesselte nickt und du ziehst ihr den Knebel aus dem Mund Geralda ist mein Name Wie es scheint, habe ich euch unterschätzt Ja, was sind das für Kräfte Ich habe noch nie von einem Zwerg gehört, der so etwas tut Der so etwas kann Ich habe noch nie von so etwas gehört Ich auch nicht Ich habe sie noch nicht lange Glaube ich Wenn ich versuche mich zu erinnern, dann sehe ich nur Schwarzen Nebel und Ich spicke Bresen und Schlamm und Da ist ein Alp, der Haben die Albi, die diese Kräfte gegeben? Wenn ich versuche mich zu erinnern, schmerzt es wie Nadeln in meinem Kopf Ich bin Geralda Blutstein Ich bin Ich war Ja, was hast du mit Abschaum gemeint? Ja, was hast du mit Abschaum gesagt, als du uns angegriffen hast Hat Namora dir etwas getan? Sie nicht Aber ihresgleichen Albi Sie ist ein Mensch Sie spielt die Albi nur im Theater Im Theater? Zum ersten Mal schaut Geralda ohne hassverzerrten Ausdruck auf Namora Sie muss sterben Die ist ein bisschen undicht im Kopf Zu welchem Stamm gehörst du? Was bringt dich nach Bajor und woher kommst du? Ich war auf meinem Weg zu den Freien Sie sollen mitten im geborgenen Land leben Ohne Stämme und ihre Gesetze Die Freien? Du meinst Zwarge? Ja Zwarge, die ihre Stämme verlassen haben Freiwillig oder auch nicht Nicht jeder hat einen Platz bei seinem Stamm Unwillkürlich musst du daran denken, dass du kein Zweiter bist Und auch die Vierten dich nicht willkommen heißen werden Nachdem du ihrem König Steine in den Weg gelegt hast Glaub den Unsinn bloß nicht, Gelehrter Das mit dem Freien ist nur ein Märchen Das sich jene erzählen, die sich nicht an die Tradition halten wollen Schau dir an, was es Geralda gebracht hat Geralda will etwas erwidern, hält sich dann aber zurück Genug mit dem Gerede, sie ist gefährlich Wahrscheinlich verrückt Sie hat uns angegriffen, wir sollten ihr ein Ende setzen Man nennt so etwas Amnesie, Gedächtnisverlust Ein gerne verwendetes Mittel in Bühnenproduktionen Wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist Und sie vielleicht auch nicht Wir können sie nicht einfach töten Sie ist zu gefährlich, um sie am Leben zu laufen Wir nehmen sie mit, wir lassen sie laufen Ja, ich habe sie noch nie getötet Das habe ich auch dieses Mal nicht vor Wir nehmen sie mit, wir lassen sie laufen Ich bin mir jetzt wirklich, wirklich nicht sicher Das letzte Mal habe ich sie nämlich mitgenommen Und dadurch eine Sidequest getriggert Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich sie laufen lasse Sie ist immer noch eine Zwergin Nehm dir die Fesseln ab Boendil passt deine Entscheidung offensichtlich nicht Aber er folgt deinen Anweisungen Zwerge sollten einander nicht angreifen Geh Und lass dich nicht mehr blicken Die Zwergin betrachtet dich nachdenklich Nickt dann knapp Bevor sie flink im nahen Wald verschwindet Wirft sie noch einen letzten feindseligen Blick auf Namora Mhm Jo, Level up für ein paar Leute Sehr schön So Ja Ich versuche mal Scheranschlag Weil das letzte Mal hatte ich Wirbelwind Und der war nicht so prickelnd So Beim guten Tung Deal nehmen wir Anführer Und Bei ihm Gegner in einer Linie vor Bavagor werden betäubt Und macht ziemlich viel Schaden Wie er da übrigens auf seinem dicken Hammer sitzt Das letzte Mal hatte ich den Feueratm Also nehme ich diesmal das Naja man sieht hier bei 6 hat er keine Fähigkeit So Ihr seid auf eine seltsame aussehende Zwerge gestoßen Sie hat euch beschuldigt mit Monstern zu reißen Und hat euch angegriffen Als es sei das noch nicht berührend genug Hat sie drei von euch dazu gebracht Die Waffen gegen die eigenen Gefährten zu erheben Wie ist es zu etwas möglich? Ihr konntet die Zwergin Die sich nach dem Kampf als Gereiter vorgestellt hat Sie behauptet nicht zu wissen Woher sie die Kräfte hat Und macht einen verwirrten Eindruck Gegen den Rat seiner Begleiter hat Tung Die sie laufen lassen Trotzdem ist sie eine Zwergin Und hat den Tod nicht verdient Ja Hat mich jetzt nicht so direkt Einfluss gekostet Ich kann nur die Jungs nicht mehr wegnehmen Okay schauen wir uns erstmal den Pass an Und dann geht's nach Seegrund Ihr verbringt die Nacht vom Wind geschützt in einer Ruine und sitzt ums Lagerfeuer Als ihr auf die Bühnenvorstellung eurer neuen Begleiter zu sprechen kommt Fingerfertigkeit, Geschwindigkeit, Alchemie und Schminke können Unglaubliches bewirken Durch Letzteres verwandelt sich Namora auch in eine Albin Mir sind auch deine Waffen aufgefallen, Namora Ich habe solche Schwerter noch nie gesehen Sie heißen Halbmond und Sonnenstrahl Ich habe sie mir ausgedacht Es hat lange gedauert, bis wir einen Schmied fanden, der sie anfertigen konnte Sie sieht auch wirklich fast aus wie ein Spitzohr Die Natur hat es nicht gut mit ihr gemeint Für diese geistesabwesende Bemerkung erntet Buendil böse Blicke von Namora und Grinsen von den Männern Vielleicht bin ich ja wirklich eine Albin und bringe euch heute Nacht einen Albtraum Wundert euch nicht, wenn ihr schreiend erwacht Für einen Moment scheint es, als würde sie mit der Dunkelheit verschmelzen Aber als du blinzelst, ist alles wieder normal Ihr Götter, ist sie nicht großartig in ihrer Rolle? Ihr könnt nicht anders als Rodario zuzustimmen Der Milch-Bubi gehört mal vermöbelt Okay Ich speichere jetzt hier mal sicherheitshalber Und ja, ich habe dadurch, dass ich sie laufen gelassen habe, die Quest beendet Was nicht so schön ist Ich Kann ich den Kampf nochmal laden? Ja, ich lad den Kampf nochmal Und nehmen sie diesmal wieder mit, weil Ich möchte nicht riskieren Jetzt dadurch, dass ich die Quest einfach so abgeschlossen habe, dass ich sie rausgeschmissen habe Die Ähm Was verpasse, was ich euch zeigen möchte Moment, Moment Was? Was gibt's? Warum nicht? Ich kann sie nicht aufhalten So Das ist ja natürlich schnell erledigt zum Glück Den Text überspringen wir dann gleich mal Ja Es war wie Ohendil geht zu Du kniest die gefesselte Nick Deine Kräfte Ich Haben die Vernicht Ja Du hast sie Sie Was bringt die Ja Ja Wir nehmen sie mit Sie ist zu gefährlich, um sie gehen zu lassen Also nehmen wir sie mit Nimm dir die Fesseln ab Du erstiegst jeden Protest im Keim und wendest dich an Geralda Hör zu Ich weiß nicht, was dir widerfahren ist, aber wir sind Zwerge und wir sollten uns nicht bekämpfen Wir könnten deine Hilfe brauchen Die Zwergin scheint von deiner Entscheidung genauso überrascht wie deine Gefährten Ich Danke Ich begleite euch gern Ich bin Geralda Blutstein aus dem Stamm der Vierten Es tut mir leid, euch angegriffen zu haben Es war ein Missverständnis Du merkst, dass deine Entscheidung nicht jedem gefällt Besonders Buindil und Namora wirken aufgebraucht Aber sie halten sich zurück und in leicht bedrückter Stimmung setzt ihr euren Weg fort Ja Erfahrungspunkte für alle Du kriegst wieder den Scherenschlag Du kriegst wieder den Anführer Du kriegst wieder das Erdbeben So, jetzt sind wir zu neunt und die Ja Togging beschließt sie mitzunehmen Das tut aber die Quest allerdings auch beenden Wie sehen meine Stats hier aus So lala Ich speichere das hier jetzt mal alternativ als LP006B ab Und lade dann nochmal A Also das normale LP006 So Einfach, dass wir es mal sicherheitshalber haben Wenn wir nämlich jetzt großartig viel verpassen Dann Lade ich einfach nochmal den Spielstritt neu Und da gibt es halt einen alternativen Pfad Ein paar Folgen mehr oder weniger Macht das ja jetzt nichts aus Wir wollen das hier in den Jungs Ja Ich bin Ich bin Ja Vielen Dank.